hey freunde willkommen zurück fragen stock wieder hier ja ich hoffe ihr seid gesund und munter richtig nices wetter warm und ihr habt schon gesehen in der überschrift ich stelle euch heute den neuen duft von search of vor ein sommer duft und zwar decas wie gesagt von search of hier haben wir ihn sehr nice und ich habe ja geschrieben es ist oder fragezeichen ist es der nexus für den sommer wenn ihr das wissen wollt bleibt dran jo wieder zurück klar leute nexus für den sommer bevor ich euch das erzählt erst mal für die neuen die das erste mal dabei sind bleibt hier auf diesem kanal drückt die glocke es wird mich natürlich freuen und bleibt einfach hier schaut meine fast 500 videos 500 ist bald voll und ja dann wisst ihr warum hier bleiben sollte so decas von mein favorite haus sehr nice sehr nice das haus und ja hier haben wir nexus flakonunterschiede gibt es nicht groß außer hier das design ist hier anders selbst hinten gleich gehalten die farbe ist bei nexus etwas gelber oder bis ein bisschen hell gelb und ja das ist mein signatur durch nummer eins und ich liebe ihn einfach am was da gleich vorweg am was da ist eigentlich oder wert wahrscheinlich wenn ich ihn habe ich nehme ja nur oder ich werde nur signatur dürfte auszeichnen für die ich auch zu hause weg ich als flakon habe ich habe am was da noch nicht original arbeitsprobe und dem master die gehören ja zusammen wenn die in meine sammlung wandern dann wird es für nexus vielleicht schwer mal gucken ich habe die lange nicht gehochen ich weiß ich fand ihn geil oder finden auf jeden fall wert auf jeden fall am was da und sein weißer zwilling unser bruder besser gesagt in meine sammlung irgendwann bald wandern und dann werde ich natürlich auch wieder darüber machen aber nexus ist meine nummer eins aktuell und jetzt kommt dekas so warum sage ich dass dekas der nexus für den sommer ist nexus ist honig tabak vanille natürlich noch andere sachen aber das ist hauptsächlich dieser duft perfekt zusammengemischt hier kein honig das nimmt man weg aber aber zitrone mandarine vanille tabak turborose auch aber vanille und tabak ich habe gleich wo ich ihn noch habe gedacht das könnte nexus für den sommer sein also wo ich nur gerochen habe und noch nicht gespult guter sprühe aber da muss man eigentlich nicht zu sagen sehr nice ja geil absolut geil sehr nice hat mir super gute ausstrahlung silage aber was sollen wir dabei nächstes genau wie die halbarkeit muss ich natürlich noch mal testen wenn es sehr heißes in norddeutschen muss man sehen ob es noch mal sehr heiß wird wahrscheinlich verspätet bei 24 grad das ist auch schon gut zu testen aber bei 30 35 grad sommer dürfte sind immer am besten zu testen ob das bei 35 grad funktioniert er hat trotzdem natürlich seine süße eine pudrigkeit schön geil die mandarine zitrone und vanille nice so und ich werde den unten verlinken natürlich und da muss ich jetzt auch mal ein bisschen werbung noch mal machen bevor das vergessen weil weiß ich kriegt so viele anfragen ihr wollt immer so viel sparen und dann kommen nach hinein ich kriege so viel nach hinein stimmt das nicht hier ist das fake mit dem deckel stimmt was nicht ich sag euch das jedes mal ich kann nicht namen nennen ich werde auch nicht so viel nennen aber es ist nun mal nicht alles gold was glänzt da draußen bei manchen firmen es ist es sind viel schwarz markthändler wie man sie nennt unterwegs so ich werde sie keinen namen nennen aber kauft diese dürfte mit meinem gutschein code zum beispiel bei beauty concept das ist eine kleine firma ein kleiner betrieb die zu zweiter arbeiten die das mit lieben machen die sich auskennen ihr müsst da keine angst haben dass das fake ist oder irgendetwas und dann müsst ihr mir auch nicht schreiben ihr könnt mir gern schreiben aber es ist immer dasselbe thema und ihr kriegt dann dieselbe antwort ihr wollt 100 euro sparen ihr wollt nicht dürfte haben die 90 euro kosten statt 300 überlegt doch mal leute und das hat nichts mit den in der menge zu tun mit den einkaufen nein arbeite ich hier stehe ich vor der kamera ich weiß einiges so und das sage ich nicht weil ich weil ich in ein business oder weil ich business partner bin mit beauty concept oder mit wem auch immer noch nein ich sage es weil ich das beste für euch haben möchte ich habe das schon mal tausend mal gesagt ich habe dann das gefühl ich rede gerne wand oder an china fällt ein reißer rum das ist genau dasselbe nein leute ich meine das ernsthaft ich quatsch nicht wie andere oder so ich meine das ernsthaft wollte diesen duft kaufen denn kauft bei den richtigen händlern ganz einfach wo es nischen dürfte leute nischen dürfte ist nicht einfach hier mal so so kauft die vernünftig sondern das ist ein kleiner betrieb der ahnung hat ihr kriegt da sogar super proben mit die kosten richtig money ich habe das jetzt schon tausend mal gesagt so ganz einfach ich mache nur werbung für die so und das mache ich gerne weil es geht hier um nischen dürfte das ist hier kein duft für 20 euro oder irgendein bla duft so ohne die günstigen hier schlecht zu machen nein kauf vernünftig denn habt ihr auch nicht so viele probleme nachhinein so beauty konzert mein gutschein code gibt es dann auch noch günstiger plus super extras so plus super ex dass die richtig money kosten und dann könnt ihr euch überlegen der ist auch geil der teure duft weil woanders kriegt ihr diese proben einfach nicht ihr müsst sonst hin blättern ganz einfach so könnt ihr überlegen jetzt was ihr macht fakt ist dass dieser duft sehr sehr nice ist dickers ist für mich auf jeden fall der nexus für den sommer perfekt abgestimmt silage halbbarkeit gut bis sehr gut natürlich hochsommer muss ich noch mal sehen aber es ist egal es ist ein geiler duft und wollte den nexus der ja so nice auch angekommen ist wollte den den könnt ihr auch im sommer tragen aber es ist schon hardcore oder fast schon pervers weil es wird irgendwann zu süß und das erdrückt ein es klebt dann dieser duft wirklich ich sage nicht dass das hier oder dass dieser dickers die leitversion ist nein davon redet keiner davon redet keiner das ist hier mandarin und zitrone das gibt es und aber das ist bei nexus nicht so und da habt ihr schon diese kühle fruchtige trockene schale von der mandarin so frisch und denn die süße mit in amber beziehungsweise vanille und tabak sehr sehr nice so mehr muss ich auch nicht sagen die kass leute search of unten verlinkt schaut rein sehr geiler duft perfekt für den sommer es gibt so viel perfekte dürfte aber der gehört jetzt dazu ich kann den ja auch vorher nicht gut dass er meiner sammlung gewandert ist aber search of ist einfach mein haus nummer eins und das ist nice und da liegt betonung auf nice wieder doch immer sagt so oder auch wie eastwood sagen würde absolut geil soll leute nexus wohl schon sagen nein weil es eben gleich aussieht fast die kass top duft und macht gut bleibt gesund und schaltet wieder ein wenn das nächste video kommt folgens tag ein cool alta Outro